Okay, next level. Gut. Ich gehe mal jetzt von aus, das war jetzt ein Kapitel. Und jetzt müssen wir weiter. Ich habe keinen Schimmer, was hier passiert. Ich habe immer noch keine Idee, was mir das Game sagen möchte. Und wie der Spaß hier funktioniert. Und immer noch habe ich keine Idee, was... What? Was die da machen? Hier rein? Ist der gerade hier durchgerannt? Der ist doch gerade hier durchgerannt, oder nicht? Ja, oder nicht? Okay, gibt es hier wieder in dem Raum irgendwas, was ich finden könnte? Irgendwie eine Figur? Ein Hinweis? Eine Zeitschrift? Irgendwas, I guess? Nein. Kann ich hier springen? Nein. Äh, gibt es hier sowas wie... Nein. Kannst du einfach hochklettern? Okay, cool. Cool, cool, cool. Hier kann ich irgendwas anmachen. Ich habe immer noch keinen Plan. Also, wirklich. Ich weiß echt nicht, was meine To-Do's hier sind. Und warum wir hier sind. Was wir hier sind. Also, es sieht aus wie eine Traumwelt. Auf dem Schiff. Wo Kinder sind. Kinder haben wir schon gesehen. Dann haben wir hier irgendwie riesen Viecher, die die Kinder irgendwie überwachen. Mein Kind hat uns ja Essen gegeben, netterweise. Kann ich jetzt hier irgendwie... Nö. Also, die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Super. Und, ähm... Ja, wir versuchen jetzt hier irgendwie durch... 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 Durch die Gänge hier zu kommen. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Aber wir können hier rufen. So. Das sind wieder die... Was ist mit euch los? Wo seid ihr hin? Aha. Okay, also hier gibt es nochmal einen Ebel. Hier gibt es noch... Einen Klo. Hier gibt es ganz viele andere Sachen. Ach, hier kann ich hochklettern. Okay, gibt es hier noch was? Oh, hier ist ein Schlüssel. Nice. Und, wenn ich das richtig sehe, hängt hier schon wieder... Warum erhängen die Leute sich hier die ganze Zeit? Äh, was war das? Okay. Also, ich will den Schlüssel da haben. So viel ist sicher. Das heißt, ich muss hier irgendwie... Da hinkommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich gehe mal von aus, ich kann den Koffer wieder schieben. Ja, okay. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nee, also ich gehe mal von aus, der Koffer den benötigt... Warte mal. Kann ich den Koffer nicht da hinschieben, um dann die Schubladen irgendwie aufzumachen? Geht das? Also, es ist ein Adventure und... So ein bisschen Rätsel, habe ich das Gefühl. So, und ich bei Rätseln... Da bin ich meistens extrem lost. Aber nein, kann ich nicht. Kann ich mich hier irgendwie hochkatapultieren oder so? Nee. Scheiße. So, dann lass uns doch mal schauen. Lass die Leute sich hier die ganze Zeit erhängen. Das ist doch nicht normal. Kann ich hier an den Bildern irgendwie hoch? Nein. Kann ich... Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht funktioniert. Ich könnte probieren, ob ich da den Koffer hinstelle. Das wäre noch eine Idee. So, dann... Auf geht's. Nee, nee, nee. Wir müssen nach oben. So, und dann springen wir von nach oben. Auf den Koffer. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir nach oben katapultiert werden. Aber ich glaube, das wird nix. Nein. Nein, nein, nein. Halt dich fest. Meine Bräse, Alter. Die Steuerung ist... Ich sag mal... Gewöhnungsbedürftig. Aber es war nicht das, was wir wollten. Schade. Ja, weil hier kann ich doch nur... Also, okay, komm. Wir nehmen jetzt den Koffer. Und schieben den jetzt noch da hinten, damit wir den Hebel betätigen können. Aber der Hebel ist meines Erachtens, glaube ich, nur dafür da, dass die eine Tür da aufgeht. Wobei, die Wand könnten wir, glaube ich, auch ganz normal aufschließen, oder? Ah. Was? Was? Was ist das? Was ist dein Problem? Kann ich jetzt eigentlich einfach hier rüber? Okay, kann ich... Kann ich nicht. Okay, kann ich einfach hier hoch. Dann hier hoch. Hier runter, ohne zu sterben. Okay, nice. Kann ich den jetzt mitnehmen? Ja, nimm den mit. Sehr gut. Nimm ihn mit. Auch sehr gut. Keine Ahnung, warum wir den Schlüssel jetzt hier mitnehmen. Kann ich jetzt hier das einfach aufmachen? Ja, nice. Nimm den Schlüssel mit. Nice. Ich habe keine Ahnung, warum wir den Schlüssel mitnehmen. Aber wir nehmen ihn einfach mit. Ach, deswegen nehmen wir den Schlüssel mit. Verstehe. Okay, cool. Unbewusst das Richtige gemacht. Nice. Warum ist da so ein... F-F-F? Ja, die ist das. Ach, das Viech jetzt Alarm? Oh nein, ich muss hier an den Knopf drücken, oder was? Kann ich den einfach da hinschmeißen? Okay. Okay, also wir müssen irgendwie an den Knopf da oben kommen. Hm. Halte, um ein getragenes Objekt zu werfen. Ja. Und? Also, halte und Leertaste, um ein getragenes Objekt zu werfen. Alloy. Du kannst ihn auch so hochwerfen. Das war mir jetzt nicht bewusst. Okay, das heißt, wir können erstmal mit dem Fahrstuhl fahren. Ach so, und ich muss das Objekt dann mitnehmen, damit ich dann hier drin... Ah, verstehe. Okay. Ich muss ja den Knopf hier auch nochmal drücken, oder? Sehr gut. Oder? Also, ich will jetzt nicht dahin, wo jetzt die Monster sind. Ja, der Fahrstuhlweg geht ein bisschen länger als gedacht. Okay, wir fahren mit dem Fahrstuhl. It is so awesome. Und wie tief kann das denn überhaupt gehen? Klar, jetzt gehen wir hier raus. Noch tiefer. Super. Und wir haben wieder Hunger? Oder? Das war mal hier mit ein bisschen Licht. Oh nein. Ich sehe doch schon kaum, wir müssen den Venti... Wir müssen den Venti... Was ist denn mit dir los? Bitte nicht! Oh, das ist ja ein Problem. Mach das Lämmchen an hier. Okay. Gibt es hier irgendwas zu essen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, sterben wir jetzt? Also, uns geht es nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir haben Hunger. Oder Durchwahl. Man weiß es nicht so genau. Oh, oh, hier gibt es... Hier gibt es was zu grazen. Problem ist, sehr nach einer Falle aus. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht! Wir sind gefangen. Was? Zum Teufel? Was ist das? Können wir hier raus? Hallo? Okay. Also, er ist... Er ist... Hallo? Können wir... Ah, okay. Wir müssen uns hier runter... Just hier. Klatsch, geht kaputt. Noice. Können wir hier die Kiddies befreien, bitte? Was hat er da gemacht? Ich würde gerne... Nicht, dass hier nicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay, ich brauche anscheinend das Ding. Alter, was macht... Was sind... Also. Was sind das für Gestalten? Die anscheinend Kinder jagen? Und warum kann ich hier nicht retten? Also, warum kann ich hier nicht sagen, ich öffne jetzt alle Dinge und wir verbünden uns? Nee, warte mal. Bevor ich jetzt das Ding hier aufmache... Bevor ich jetzt das Ding aufmache, klettern wir erstmal ganz kurz hier hoch. Das muss doch hier irgendeinen Grund haben, warum ich hier hochklettern kann. Ja, okay. Äh, es hat kein... Oder? Mal kurz, mal kurz. Jo, es hat keinen Grund. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da oben noch irgendwie hinkomme an... an das Ding. Okay, nice. Okay, nicht so nice. Das heißt, ich muss hier wieder gedrückt halten. Warten, bis alles hochfährt. Um dann gar nicht näher wieder da hinzuspringen. Warte mal, ich kann sogar... Okay, ich kann sogar... Schwingen. Weil sonst schaffe ich das wahrscheinlich nicht von der Zeit her. So, schwingen. Ich bin raus. Okay, sehr gut. Hier ist wieder eine Tür, die ich... nicht öffnen kann. Hallo? Jetzt bin ich ja eine Sackgasse, oder was? Nooo. Ja, ich... ich würde sagen... Kann ich hier nicht nix machen? Warum bin ich hier nicht hingegangen? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Please. Ich muss mich doch irgendwo klettern. Ich will doch nur hier weg. Echt, kann ich das auch hier hochklettern? Geht das? Geht das? Geht das? Okay, 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 okay. Wir können jetzt wieder hier hochklettern. Dann können wir hier raus. Very nice. Und können gucken, was... Und können gucken, was... Hier los ist. Aber... Aber... Das ist schon fucking awesome. Und was war das denn? Das ist dieses... Baby-Kump. Das war's. Das war's. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020